Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfrisischen Matsch 4xMap ohne Gräben in der Version 1.7. Wir sind mal eben dabei hier die Schafe zu versorgen. Ich habe gerade schon Gras hingebracht, weil mit unseren Tieren die leiden noch ein wenig. Ja, die haben nämlich alle nicht mehr so richtig, die Schweine haben nicht mehr richtig zu saufen und so weiter. Das werden wir jetzt erst mal ändern, indem wir jetzt ihm hier erst mal sagen, reinlassen. Da fangen wir jetzt erst mal zu den Schweinen und bringen den erst mal rein, ja, da vorne wäre auch ein Fass gewesen, aber hier haben wir ein großes. Der Case muss aufgefüllt werden, der Soller. Mal editieren, wo ich bin. Dann holen wir uns mal ein neues Saatgut dazu. Entschuldigung, es knackt gleich mal kurz. So, ich musste mal eben mein Mikro justieren. Das war einfach nach unten. Und gedingst. Einmal voll machen. So. Na, das ist ja schön, aber das fällt ja auch bald. Es wird so langsam. Ich muss mal in der Übersicht gucken. Wie weit wir sind. Ich weiß es gar nicht. 8, 9 und 12 müssen wir noch komplett. Oh Gott. Feld 2 haben wir bald fertig, Feld 18 haben wir bald fertig, Feld 7 ist jetzt gerade fertig. Da oben das Grasfeld und dann müssen wir noch 8, 9 und 12. Auf jeden Fall. Na ja, wir gehen mal alles hin. Auf jeden Fall haben wir zwischendurch mal, kann ich schaden. Ich glaube, dass es hier noch Bedarf gibt. Ich glaube, dass es auch nicht zu meiner Zufriedenheit hier alles angesehen ist. Wenn ich mir das hier so angucke, kann ich mir das nachher vielleicht nicht abgeerntet wird, aber nicht schön aussehen tut es trotzdem. Ja. Dann gucken wir mal, wie es in den anderen Engen aussieht. So, und hier sieht es ja ganz gut aus, bis auf da vorne. Den fahren wir noch eben. Ja. Ah ja. Habt ihr den Feiertag gut überstanden gestern? Habt ihr was besonderes gemacht? Habt ihr vielleicht ein langes Wochenende gehabt? Seid ihr weggefahren? Ja. Sieht nicht. Geht das nicht? Ah! Wann? So, geht doch. Ja, um den Wario kommen wir uns gleich. Das fällt 7. Was setze ich denn hier rauf? Machen wir wieder drüben? Oder machen wir was anderes? Ne, macht nix, ne? Dann muss ich bloß gleich mal hier den Ladewagen aus dem Weg fahren. Ja, ich weiß, ich komm doch gleich. Ich kann doch nur eben ihn hier einmal aus dem Weg fahren. Einmal umdrehen. Aus dem Weg fahren. Und fertig. So. Ja. Geht doch. So, Feld 18 ist fertig. Aber nicht. So, ich weh. So. 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 so schwer ist es ja eigentlich nicht aber naja jetzt geht's es hat seine auch noch nicht so hundertprozentig schön das können wir jetzt machen fahr mal hier so ein bisschen werden wir hier eben ein bisschen hopfen weg haben ihr versteht was ich meine jetzt fahren wir da hinten in die ecken gucken wie das da aussieht hier hätten wir das wie auch Kartoffeln machen können Karoffeln oder so hier nur eben ein bisschen hier so das was nicht schön ist weg gucken wie es da in der ecke aussieht genau so dann haben wir auch ein bisschen Nacharbeit aber das macht nichts ich weiß ich könnte Cosplay aber anders einstellen da hatten wir alles seine Vor- und Nachteile so der Xerian hat durchdrehende Reifen ja ich kann mir schon vorstellen wo schön da hinten noch eben hin und dann fahren wir hoch zu Feld 8, 9 und 12 dann fahren wir hoch zu Feld 8, 9 und 12 aber nicht mehr in dieser Folge der steht jetzt hier und ist fertig dann klappt sich zusammen dann koste ich und dann soll das doch schon weiter gehen läuft ja die nächsten Probleme gibt es gleich davon wieso ist denn da aha war es schon immer so dass der Graben bis dahin ging ich meine nicht aber ich kann mich täuschen ich kann mich täuschen versteht auch keiner warum er das gemacht hat und alles ist gut hier so jetzt gucken wir nochmal eben schnell wo unser Wassertruck ist Mischration können wir auch nochmal eben weg bringen Mischration warum Nöhh Misch Das war's für heute. Da, Elkowee... Da. Ah, Biddy oder Wester? Oh. Oh Mann. Oh. Lass mich da durch. Oh. 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 Ja. Erstmal schön hier. Voll. Naja gut. Voll. Gut. Leute. Weiter geht's in der nächsten Folge. Let's play LS17. Morgen. Am Donnerstag. Nächste Folge. Ich kann schon gleich sagen. Dieses Wochenende. Keine Livestreams. Nächstes Wochenende auch nicht. Also. Von mir wird's keine geben. Es wird natürlich schon irgendwie Livestreams geben. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Aber. Nicht. Nicht von mir. Ich habe keine Zeit. Dieses Wochenende muss ich arbeiten. Freitag und Samstag. Und das Wochenende danach habe ich keine Zeit. Sagt ich schon. Ja. Aber. Danach. Das Wochenende. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass ich da auch wieder am streamen bin. Boah. Ich sage erstmal. Ciao. Vielen Dank. Kommentar. Abo. Like. Und so weiter. Sehr gerne da lassen. Freut mich. Oder besucht mich bei Facebook oder auf meiner Homepage. Ciao. Ciao. Ciao.